oh gott leck mich am hindern jetzt müssen wir aber zurück warte mal wir gehen jetzt sicher dass du hier oben von der typse alice hattest ja ja da war nur die säge drin zur ranger station das machen bitte ich will das nicht ja ich mache es aber man muss es mir auch nachsehen ich kann es nicht ich bin jetzt mehrfach vom bären weggerannt ich habe auch irgendwann die schnauze voll ich kann mich höchstens versuchen wo geht es denn hier lang daco du kannst ja gern zur ranger station hoch rennen weil du hast du die gleichen sachen wie ich da gucke ich mal hier unten wo ich bin immer den schildern nach ach du heimatland daco kommt zurück kommt zurück kommt zurück kommt zurück bärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärbärb Jetzt hab ich dich schon wieder verloren. Ach, da unten. Ja, ich geh mal nach da unten an die Küste. Vielleicht ist dort noch irgendwas. Wenn du, wenn du zu unserem Boot kommst, Dingsbums, bei dem Boden bitte. Wenn ich's zu unserem Boot finde. Nein, da geh ich nicht weiter, da ist ein Bär. Wie bei unserem Boot ist der Bär. Ne, ne. Leck mich am Arsch. Willst du mich verarschen? Jetzt hat der mich wieder gesehen. Ich werd besser. Können die mich mal bitte in Ruhe lassen? Ich find das nicht mehr lustig. Ey. Ne. Schraubschlüssel fehlt noch. Dann musst du noch irgendwo auf der Insel sein. Dann teste ich gleich mal was. Ich muss erst mal den Bären loswerden. Ha. Leck mich am Arsch. Ich hab dich ausgetrickst. Weil dort unten, wo wir gestartet haben, geht's auch noch mal links rum. Ich springe jetzt erstmal ins Wasser. Mach das, mach das. Und bauen wir neuen Bogen. Ich seh das Boot grad zu meiner Linken. Aber hier kommst du auch nur wieder runter ans Ufer. An's Ufer. Das ist aber... Ey. Das ist grad seltsam. Ist das... Ja gut, wär fies, aber ist der vielleicht unter Wasser? Das ist scheiße, wenn du jetzt sagst, ich soll das machen. Ich habe keine Schwimmausrüstung mehr. Ne. Ich sag's ja nicht. Es war einfach nur grad ne Überlegung. Ich schwimme mal am Rand der Insel lang. Vielleicht haben wir ja Glück. Ne, ich kann's mir nicht vorstellen. Lassack. Ne, jetzt bin ich schon auf Weg. Vielleicht gibt's ja hier wirklich noch irgendwo einen kleinen Aufgang hoch. Den wir übersehen haben, weil unser Boot so prachtvoll ist. So, ich muss erstmal ein bisschen was abgeladen. Aber hier unter Wasser ist halt einfach gar nichts. Es ist... Tot. Tote Welt. Ja. Ich bin hier aber hochgekommen. Cool. Ah, warte mal. Hier unter Wasser sind doch die Container. Ja. Aber da ist noch drin. Der ist leer. Ne, ich hab hier halt auch Fässer und alles. Und in die Container kannst du halt reintauchen. Der ist leer. Da ist eine untergegangene Boje mit Heilschrott. Äh, ich... Darko, wir sind auch... Wir hätten auf der anderen Seite auch anlegen können. Da ist auch ein Zugang. Aber den hab ich echt nicht gesehen. Ne, ist ja nicht schlimm. Weil hier sind, äh, bei dem Zugang wo wir sind, sind ja auch unter Wasser diese Schiffscontainer. Die sind hier nämlich genauso. Dann geh ich mal hier an Land, mal gucken ob ich hier in der Nähe was finde. Ich bin kurz auf Klo. Ja. Ja. Wo könnte hier was sein? Okay, die Welt hat auf jeden Fall gespeichert. Oh, lol. Ja, moin. Holy Macaroni. Holy. 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 So. Darko, willst du raten was ich gefunden hab? Ja, du hast ihn. Bauplan Machete. Und ein Werkzeugkoffer mit ganz viel Ressourcen und ich weiß für was die Blaubeeren gut waren. Hier vor der Höhle wo ich bin, ist ein Futtertrog. Da konnte ich die Blaubeeren reinmachen und aus der Höhle kam ein Bär raus, der ist jetzt dort und frisst. Ich hab Bauplan Machete im Gepäck. Okay. Im Gepäck kommst du zum Boot zurück? Äh, ja. Ja. Gut, dann bleib ich da. Aber den Schraubschlüssel hast du immer noch nicht gefunden, oder? Nein, der wird in der Höhle sein. Nein, der wird in der Höhle sein. Beziehungsweise bei der Relaystation 6. Weil wir kommen ja jetzt durch die Ene Höhle durch. Jetzt muss ich nur gucken, wie komm ich am besten da lang. So, ich hab sie schon mal anleert und baue schon mal für uns zwei. Ja, bitte. Ach du Scheiße. Weil das ist ja dann auch ne Kampfwaffe. Ach nein. Kann ein bisschen dauern, wenn wir überhaupt genug Material haben. Ähm, ich hab ne Machete im Gepäck. Seh ich grad. Hä, dann war die mit in dem Werkzeugkoffer drinne. Lol. Ich hab mir jetzt aber noch eine schnell gemacht. Ja, ich bin eh grad vorm Bären wegrennen. Ich sammle hier noch ein bisschen Honig ein. Och, jetzt kommt der hier rum, der Arsch. Das sind saukoole neue Rezepte. Die kenn ich alle nicht mehr. Kannst du mir ungefähr... Okay, das wird schwer. Ja, du musst jetzt auf mich warten. Ich muss um die Insel schwimmen. Aber ich weiß ungefähr, wo unser Boot ist. Hoffe ich doch. Äh, scharf genug Vegetation, bla bla bla. Hallo, ich bin immer vorbei. Im Werkzeugkoffer waren auch Bolzen, Metallbahn, Glas, alles mögliche drinne. Nice, nice. Das möchte ich erstmal abgeben, bevor ich abnippel wieder. Die Machete sieht geil aus mit diesen Schriftzeichen oder was das ist. Oh Gott, ich muss warten, bis was durchgebrannt ist. Die Folge wird sehr langweilig, weil ich mich nur im Wasser aufhalte. Ich bin da runter gesprungen ins Wasser, wo wir das erste Mal Honigwarben aufgesammelt haben. Sprich also bei Relaystation 2 eigentlich. Aber ich weiß ja nicht, wie groß das hier ist, wo ich jetzt so rumtucker. Hier ist ein Container unter Wasser. Ich glaube, ich sehe unser Schiff. Bei uns ums Schiff schwimmt doch Haufen Zeug rum, oder? Unter anderem ja. Dann bin ich gleich da. Aber das ist auch überall der Fall. Nö, nö, ich komm mir schon an. Aber bei der Machete steht da, ist nur für die Vegetation. Au. Ist nur für die Vegetation da. Was ist mit dem... Nicht hinterfragen. Okay. Nagelglas. Kannst du den hier mal irgendwo einsortieren, den Bauplan? Ich habe wieder Pilze. Die wirst du bestimmt gebrauchen können. Und Dreck habe ich auch. Ich muss warten, bis die Scheiße hier durchgebraten wird. Ähm... Pilze... Ach, die Honigwaben mache ich mal hier bei Karotten, ähm... Kartoffeln und so mit rein. Haben wir hier irgendeine Nahrung, die Flüssigkeit gibt? Ja, Süppchen... Der gibt keine Flüssigkeiten. Arschlochsuppe. Die gibt aber extra extra Hunger, also mehr als man maximal haben kann. Äh... Wir können wieder. Warte, ich muss noch Wasser nachfüllen hier. Aber mich fuchst das, wir müssen ja noch die... Achja stimmt, den kriegen wir ja... Aber für die Höhle... Nehme ich mir noch was besonderes mit. Die Lampe oder was? Ja. Nicht nur du. Hast du jetzt meine eigentlich mitgenommen? Da sind zwei drinnen. Da sind doch zwei Stück drinnen. So, jetzt beginnt wieder der endlos lange Fußmarsch von vorne. Nö, der ist nicht lang. Ey. Ja, wenn du Spreten anfängst? Ne, auch so ist der nicht lang. Ich hör schon den Bären. Ja. Ich will ihn aber nicht hören. Futtert der noch? Ja. Gucken wir an. Und dort... In die Richtung, wo der Bär guckt, dort bin ich lang gekommen. Ähm, wo ist die Höhle? Äh... Die... Die wir jetzt brauchen... War... Ähm... Warte mal. Da, hier oben ist die Relay-Station. Hier liegt ne Notiz. Noch eine? Äh, Darko. Kann es sein, dass das wieder der Totenkopf ist? Die Totenkopf-Stelle. Ich hab nen Hinweis aufgenommen. Ich hab ne Errungenschaft. Die Glühbirne hab ich. Ich hab ne Glühbirne. Ich hab ne Errungenschaft, weil ich die Puppe kaputt gemacht hab. Ne, das war ich. Ich hab ja die Glühbirne aufgesammelt. Ne, ich hab die hier angeklickt und da gab's ne Errungenschaft. Ist egal. Egal. Oh, im Höhle. Jaaa. Ja, wo ist die? Keine Ahnung. Jetzt hab ich... Jetzt hab ich... Jetzt hab ich ganz die Orientierung verloren. Wo gibt's die Schilder? Hier. Relay-Station 6. Da lang. Da. Relay-Station 6. Also müssen wir hier hoch. War mal doch richtig. Relay-Station 6. Genau. Jetzt haben wir hier eigentlich alles gefunden auf der Insel. Ne, Schaubschlüsse. Ja, gut. Aber so an Hinweisen müsste es eigentlich alles gewesen sein. Ne, uns fehlt noch der Hinweis, wo wir als nächstes haben. Warte mal. Äh... 6. Da lang. Für mich fehlt noch dieser Hinweis mit der nächsten Codierungsnummer. Den brauch ich noch. Den wär mal kriegen, wenn die Relay-Stationen alle angeschalten sind. Jetzt hätten wir den scheiß Kescher mitnehmen können. Der hättest du erst eben bauen müssen. Der kostet ja nix. Ich frag mich aber, ob die Machete auch bei Tieren gut ist. Ich würd's an dir ausprobieren, nur das funktioniert leider nicht. Ich hab ihn gehört. Ja, dann hilf! Renn weg! Du weißt schon, dass man vor einem Bär nicht weglaufen kann. Doch. Komm in die Höhle! Der Bär kommt hier nicht rein! Kommst du? Ja, ja, ich hab noch mal nach dem Bären geguckt. Warte! Was hat uns Raft gelernt? Jeden Dreckhaufen durchsuchen! Hört ein Stein! Wow! Oh, ah mein! Ich glaub, du hast schon ne 50 Minuten Folge ungefähr. 17! Ach, hast du noch ne Begon? Natürlich! Ich werd dann aber... Ich würd sagen, wenn wir mit der Insel fertig sind, hören wir auch für heute erst mal auf. Uhrzeit-technisch... Ja... Möchte ich heute mal ein bisschen früher alles ausmachen. Muss ich ja. Schlaubschritte! Habe ihn! Ja, Moment! Ich möchte auch hier reinkommen. Bevor du ihn drückst, muss der Knopf von den letzten Malen immer gewesen sein. Das denn hier? Muss ich mir aufschreiben. 1837... Ach ne, steht bei uns, oder? Ja, steht bei uns. Das nächste ist der Krawan-Town. Das ist ne Stadt. Oder die Krawan-Town. Ja... Hab ne Kiste aufgenommen. Kopfbrühe-Rezept war drinne. Hab ich schon. Okay... Ähm... Ne, warte, warte. Wir hören hier oben auf. Also... Wir müssen jetzt nie extra zum Boot runterrennen. Hier ist ein Blueprint. Kraftstopftank! Nice! Sooo... Ich kann schon mal so viel sagen, das Update... Das ist das Rezept. Das ist das Rezept. Ja, aber das war ja noch vor dem Update, die Insel. Die Insel war noch vor dem Update. Die war schon vor dem Update da. Ja, aber die Machete ist nicht vor dem Update da gewesen. Ne doch, muss ja. Ne, das haben sie erst nachher reingefügt. Da stand Item Machete ist neu hinzugefügt. Naja, aber wie willst du zu dieser Relay-Station kommen ohne Machete, wenn die Insel... Da war vorher einfach nicht. Da war einfach nur ein Durchgang. Nur eine Höhle. Wow. Wow. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020